hallo leute zu einem neuen let's play von minecraft auf der ps3 die vierte folge ja wir haben uns glaube ein bisschen verlaufen aber wir finden auch schon wieder zurück bist du ein baubes häschen nein du bist ein böses häschen kannst du dich hier wir haben häschen kommen wir wollen hier noch hier Weiss, es ist ein bisschen chaotisch hier, aber... Ach, scheiße, Zombie! Nein, das ist eigentlich... Nein! Hilfe! Willst du meine Mama? Eigentlich nicht, aber für Flüchten! Über diese elenden, terrorisierenden Terroristen! Nicht dummer Esel, hab kein Bett dabei! Gelebt! Hilfe! Die Terrorisierende Terroristen unter diesem ganzen Platz! Ah! Hilfe! Alle zu Hilfe! Scheiße! Noch mehr zu Terroristen! Das ist übel! Nein! Der ist schon wieder ein scheiß Zombie! Ah! Terrorist da unten! Das ist ein Terrorist! Über diese Terroristen! Das ist übrigens ein Selbstmordortensetter! Nein! Ah! Kohle! Nein! Noch mehr Kohle! Nein! Jemand ist der verdammten Terroristen! Ah! Oh, oh! Scheiße! Enderman! Hilfe! Ich werde doch eine verdammte Scheiße hinter sein! Hab ich mich gebrach! Wollen wir was zu vodern? Nein! Nein! Hilfe! Wasser aus. Oh! Wo ist unser Haus? Gut, dass mich jetzt erschreckt. Nein, nicht schon wieder. Ah, schon wieder Kripper-Terroristen. Scheiße! Ich glaube, wir können uns jetzt umlegen. Ja, gut. Gut, er hat gesagt, wir könnten uns... ...wann sie Schnee nehmen, das wir kraften. Na, ganz klar, das ist egal, ist ja noch Schnee. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Dann können wir es auch nicht einsetzen. Ja, gut. Ja, gut. Ich sage dir, ich bin Terroristen. Mist, wir sind draufgegangen. Ich gehe jetzt hin und schlafe mal eine Runde. Weil... Habt ihr eigentlich auch gewusst, dass Creep war? Wenn wir es da schon explodieren können. Aber kein Schaden, da habt ihr es gesehen. Die machen uns also keinen einzigen Schaden, die Creeper. Wenn die Creep im Wasser sind, explodieren sie zwar, aber die können euch keinen Schaden machen. Ich glaube, ich habe mich wieder verlaufen. Nein, da habe ich nicht. Okay. 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 Das ist dann nicht mein Reibmann. Geht doch, das war in der Playstore. Da oben drüben mit mir. Vielen Dank. Ja. 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 Nein. Mein Eisen ist weg. Scheibe! Okay. ja 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 Also Freunde, bis zur nächsten Folge und ciao.